Hallo zusammen, ich bin Zim, ich arbeite als Konstrukteur im dritten Lehrjahr bei Aldo Nisuhet AG und ich nehme mir heute gerne mit, um mir etwas aus meinem Alltag zu zeigen. Hier erstellen wir gerade einen zweiten Plan für einen Gerätraum. Damit zeigen wir auf, wie man Turngeräte am besten versorgt. Damit wir sicherstellen, dass unsere Pläne realisierbar sind, sprechen wir uns immer noch mit dem Metallbauer ab. Hier seht ihr einen 3D-Plan einer Basketballanlage, den wir später in der hauseigenen Produktion fertigen. Kurze Besprechungen mit unserem Berufsbildner gehören auch zu unserem Alltag dazu. Wenn auch du ein gutes Vorstellungsvermögen hast und gerne Mathe machst, dann bewirb dich doch. Wir freuen uns. Gäste Gäste Vielen Dank.